Also ich bin Shui Yamamia und komme aus Tokio. Ich spiele sehr gern Klavier und übe fast jeden Tag seit meinem vierten Lebensjahr. Und wisst ihr warum? Weil ich davon träume, ein Pianist zu werden. Ist es wahr, was über das Piano im Wald erzählt wird? Nur keine Sorge, das Piano lässt sich gut spielen, wie jedes andere auch. Demnächst findet der nationale Klavierwettbewerb für Schüler statt. Naja, von den vielen Wettbewerben ist es der mit dem höchsten Niveau. Ich werde jeden einzelnen von euch einfach hinweg spielen. Ob ich diesen Klang tatsächlich noch einmal hören werde? Das verstehe ich nicht. Wie kann das sein? Wieso funktioniert es bei dir? Wieso lässt es sich von dir spielen und von mir nicht? Merk dir eins. Versuch nie jemanden zu imitieren oder seinen persönlichen Stil nachzuspielen. Du musst deinen eigenen Stil finden, anders geht es nicht. Macht es dir wirklich niemand Spaß? Nein, es ist kein Spiel. Es ist harte Arbeit und man muss durchhalten, sonst wird man kein Pianist. Ich will, ich will einfach nicht verlieren. Dein Gegner ist nicht etwa Mozart. Nein, dein Gegner bist nur du selbst. Lieber Piano-Gott, mach, dass ich die Nummer eins bin. Komm, mein Freund, wir gehen zusammen in den Wald. Komm, mein Freund, wir gehen zusammen in den Wald.